Die Männer krampfen noch, sie stehen am Tresen. Da steht der Abteilungsleiter der Stadtsparkasse mit seinem Stonewash-Jeanshemd, gelbe Lederkrawatte, Buntfartengeans, wie sie selbst in den Altkleidersäcken in Rumänien verboten sind. Weiße Socken, weiße Slipper, Bömmeken, Pornobalken. Der steht da mit seinem Kumpel und sagt, siehst du die Alte da hinten? Die mach ich lang, die Alte. Die mach ich lang, die Alte, die mach ich lang, die Alte, mach ich, die Alte mach ich lang, die mach ich, lang die Alte. Was mach ich, die Alte? Genau, lang mach ich die Alte. Oh scheiße, die guckt. Neben ihm steht der Kassenwart der Landjugend Achim. 125 Kilo, Abtropfgewicht, leuchten rote Bäckchen und denkt sich, wieso die mach ich alle lang hier? Die mach ich alle lang. Er riecht sehr nach Kuhstall, nach 500 glücklichen Kühen. Er hätte ruhig mal duschen können, aber egal, wir sind ja bei Tanz auf 30, die mach ich alle lang hier. Er hat auch schon zu Hause gesagt, Mutti, heute kommt die neue Bäuerin auf den Hof. Achim darf nicht sterben, Achim soll leben. Die mach ich alle lang hier. Eben stand er noch im Stall und hier, heute in Bremen, bei Mühl 30, machte einer paarungswürdigen Hühnerbaronin den kompletten Hof.